Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video zu Let's Play Zombie Modus. 100% auf Deutsch, 100% Ankert und nun endlich in verbesserter Bild- und Video-Qualität, Leute. Lalalalalala. Guckt mal, da muss ich die Zombies eigentlich nur noch abknallen, weil wenn man jetzt im Einzelspieler spielt, dann hat man das Problem nicht, dass gleich alle auf diese Zombies gehen. Das gibt natürlich extra Punkte. So, die ganzen Zombies, die haben sich ja schon versammelt. Das ist kein Problem. So, fress mal hier ein bisschen die Granate. Fress Granaten, ja. Mongos. Ich werde euch wegballern in eurer Himmelsphäre, wo ihr auch alle herkommt. Okay, jetzt muss ich sagen. Why? What's this loss, my friend? What's this loss? What are you doing? What are you doing? Come on. You speak English? Bonjour, I speak French. French? Krak, krak, bang, bang. Oh, französisch. French Zombies. Kann ich die Tür öffnen? Sie benötigen eine Energiequelle. Wo soll ich die Energiequelle denn hernehmen? Ich habe doch keine Ahnung, wo ich die Energiequelle hernehmen soll. Gluck, gluck, gluck. Oh, lecker schmecker. Ein leckerer Energy-Trink reinziehen. Da ist die Welt wieder in Ordnung, würde ich sagen. Pupp. Aua. So, können wir die Tür öffnen? Hallo? Hallo, ihr Schweini. Bitte einsteigen. Es geht zur nächsten Runde. Okay, Digga. Busfahrer, Herr Busfahrer, können Sie bitte starten? Ich möchte jetzt nicht mehr hier sein, weil ich ein bisschen Angst habe, weil die ganzen Zombies jetzt gleich kommen. Die untoten Zombies, die wollen mich, glaube ich, auch nicht gleich in Städtas befordern. Also, bitte. Lieber Herr Busfahrer, fahren Sie. Schließen. Hallo? Hallo? Thank you, my friend. Wir sind im Bus angelangt. YouTube-Rams kommen. Hat ein bisschen Tschüss jetzt. Oh. Boah, ich habe vorhin den Schlupfen bekommen jetzt gerade. Man, oh man. Dunkel ist es auch noch geworden. Oh. Darkness. 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 Fire. Scheiße, Digga. Jetzt habe ich voll Tschüss bekommen, Digga. Ja, das war so ein kleiner Einblick zum Zombie-Modus. Ja. Leute. So. Ich muss nämlich jetzt weg noch, Digga. Ich muss jetzt einkaufen, wegen dem muss ich das Video spenden. Also, ich sage nochmal wieder Tschau. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. Tschau. Ah, Leute.